Heute werden wir eine kleine Beschwörung machen. Wirklich klein. Ich glaube, wir machen nur die... Also geplant ist es nur die Attributscrolls aufzumachen und die 90 mystischen. Die lasse ich zu. Ich wollte eigentlich öffnen, aber jetzt sehe ich, dass da Marsha nächste Woche. Was ist das denn da? Jetzt werde ich natürlich auf Marsha warten. Aber naja. Gut, ansonsten... Wir müssen auch ein bisschen Smalltalk halten, Leute. Ich habe ein paar Fragen an euch. Und zwar ist Special League es angelaufen. Das ist Punkt 1. Habt ihr Bock drauf? Soll ich Special-Videos machen? Also Special-League-Videos ist nicht für jedermanns Sache. Das ist halt so das Ding, ne? Welt Arena ist halt ein bisschen spannender als Special League. Aber komm mal gucken. Was spielen denn die anderen so? Das würde mich mal interessieren. Weil ich habe auch was im Kopf. Wo kann ich nochmal gucken? Best. Da. Was spielen die denn so? Aha. Aha. Ja. Rakuni. Der Robo. Alles, was man so kennt. Kinky. Kaki. Tablo. Ja. 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 Keiner spielt das, was ich spielen wollte. Mal gucken. Wenn ihr Bock drauf habt, schreibt es mir in die Kommentare. Dann mache ich auch ein paar Special-League-Videos. Aber ich weiß, von vielen ist es nicht so der Ding. Deswegen. Na ja. Einfach mal abfragen. Einfach mal fragen. So. Äh. Rang. Hey. Nur C2. Aber das war auch ein Auf- und Mab. Ich sag's euch, Alter. Äh. Ich war aber, das lag auch ein bisschen an mir. Ich hätte, also ich hatte eine gute Winrate. Ich musste mich zweimal hochspielen wieder. Ähm. Das ist nicht so das Problem gewesen. Das Problem war am Ende die Zeit. Hätte, die Zeit war das Problem. Und vor allem diese ollen Apfelbäume am Ende haben die Zeit, wo man, ich glaub das waren so bei den letzten 5 Minuten, die haben die auslaufen lassen. Ne. Was man nicht beschleunigen konnte. Das hat man, ich glaub beim letzten war das ganz schlimm. Der letzte hat komplett auslaufen lassen. Das war wirklich die letzten 2, 3 Minuten oder so. Das hätte man noch schaffen können. Ich hab den letzten auch gewonnen. Ich weiß aber nicht, ob man kann das noch sehen. Ja. Ja, das hier. Den hab ich sogar noch gewonnen. Ne, was? Der war das? Ah, der wird hier gar nicht mehr angezeigt. Ja, den hab ich gewonnen und den darauf hab ich dann noch gewonnen. Aber der wurde hier nicht mehr angezeigt, weil... Naja. Animal Ende, ne? Aber naja. Ist noch nicht... Ist noch nicht weiter tragisch. Stört mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so groß. Äh. Es gab noch was, worüber ich reden möchte. Genau. Es gibt so eine Sache. Meine erste Eventruhne ist fertig. Die muss ich euch einmal zeigen. Die muss ich euch zeigen. Die war der Hammer. Und das war eine Wille. HP. Mit Speed natürlich. Ich glaub das ist die sogar. Boom, Alter. Das ist meine erste Eventruhne. Da geh nur ein Speed rein. Sofern ich dann mal einen Legendären habe. Ja. Also ich krieg mein Molong jetzt auf 180. Das ist... Das wollte ich euch damit nur sagen. Geil, ne? Das war schon ein Traum, ey. So, wir gehen ins Channel von heute. Das Video wird sehr wahrscheinlich auch heute noch kommen, weil ich für heute nichts schnelleres auf die Kette kriegen werde. Ähm. Ja, wir fangen einfach mal an. Wir fangen einfach mit den... Ne, wir fangen mit dem Mystischen ganz gechillt an. Was ich mir wünsche aus dem Mystischen oder aus den Blitzen. Ein paar Magierita-Skill-Ups wären schön. Für die Iris. Das wäre ein Traum, wenn das passieren könnte. Aber bezweifle ich ein bisschen. Aber man kann ja trotzdem hoffen, ne? Der Rest, der bleibt halt zu für, äh... Für nach dem Update. Also wenn das Update rauskommt, das müsste ja... Oh, das dauert noch ein bisschen, ne? Wir haben jetzt erst die... Wir haben ja jetzt erst am Wochenende, am 24. Haben wir ja erst diese, diesen, diesen, diesen kleinen... Wie heißt das? Sneakpeak, sag ich mal, ne? Diesen Stream, wo das so ein bisschen bekannt gegeben wird, was da kommt und sowas. Ne? Und am 22. Hab ich einen Podcast auf Discord. Auf den Offiziellen von Summoners War. Wenn nichts dazwischen kommt. Auf jeden Fall. Also, das wird wohl zusammen. Ich glaub, ich bin mit Regi zusammen. Und Depi? Müsstet ihr, denk ich, kennen, ne? Mit dem müsste ich zusammen sein. Also, wir... Also, ich... Wir drei halt. Ne? Und reden halt so ein bisschen was Stuff. In Summoners War, dies, das. Wenn, wie gesagt, bei mir nichts dazwischen kommt. Bei mir ist es immer ein bisschen problematisch. Mal kommen was dazwischen, mal nicht. Das ist immer ganz schwierig. Ne? Das ist halt so, äh... Doof halt teilweise. Aber steht auf jeden Fall derzeit so. Um 17 Uhr, meine ich, wäre das. Wir sind halt irgendwie in dem Channel. Und ihr könnt auch in den Channel kommen. Nur ihr könnt nicht reden. Nur wir drei können reden. Irgendwie so war das. Ne? Könnt ihr zuhören. Ist halt nur so eine Art Podcast, so gesehen. Ich war nie auf Discord. Ich hab keine Ahnung. Ich erinnere mich mal. Ich bin überhaupt nicht der Discord-Typ. Wird auch lustig. Sag's jetzt schon. Ah, ja, ja, ja. Auf jeden Fall, ich, Regi und Depi müssten da sein. Ja. Sealed. Gar nicht so bad. Wollte ich auch mal... Die ist vielleicht für Special League gar nicht mal so verkehrt. Aber ich hab was anderes im Kopf für die Special League. Wenn ihr, wie gesagt, Bock drauf habt, dass ich darauf auch ein paar Videos mache, schreibt es gerne in die Kommentare. Dann weiß ich Bescheid, dass ich da auch ein paar Videos zu machen kann. Aber Special League ist halt in der Regel gar nicht so interessant. Also für viele auch nicht so interessant. Deswegen mache ich es so in der Regel halt nicht so gerne. Aber naja. Immer mal vereinzeln ein paar. Ich glaube, Welt Arena-Videos an sich machen halt für die meisten mehr Spaß. Als Special League. Aber naja. Gut. Ich bin so stark bei mir mit Net5, Junge. Was ist los mit dem Spiel? Drück da jetzt mal Net5 hier raus. Kann doch ein Dupe sein. Ist mir egal. Mein Gott, ey. Das ist schon Ewigkeiten her, Sibala. Und die Rollenanzahl. Das ist ja noch... Das ist ja das Krasse da hinter, Mann. Ach, richtig ärzend, ey. Der will unbedingt, dass ich die LDs aufmache. Da kommt das bestimmt. Da kommt das Net5. Da kommt das Net5. Ja, hier nicht. Hier will nicht. Keine Ahnung. Hier will kein Net5 kommen. Keine Ahnung. Wäre schön, wenn jetzt Marsha kommen könnte. Dann könnte ich mir nämlich die Stone sparen. Könnte ich auf Coco beziehungsweise auf Duke Tiana gehen. Das wäre auch schön. Würde ich auch mal. Aber... Bezweifle ich. Ah, ist das nervig. Na ja, wie gesagt. Die Premium-Scrolls, die wollte ich erst nach dem Update dann machen. Keine Ahnung, wann das kommt. Wahrscheinlich jetzt auch noch so dann jetzt. Ab jetzt die Angesparten. Ne, also... Wären wahrscheinlich wieder so auf die 100 auslaufen. Grob, würde ich jetzt einfach mal schätzen. Blitze sind ja okay. Ich glaube, darüber kann man sich jetzt nicht so stark beklagen. Ich habe gerade gemerkt, ich habe alle Forsters in den falschen Lager gepackt. Ich habe ja da so meinen Tick, ne? Was ist der falsche Lager, Junge? Ey, das ist so nervig, Mann. Es wäre mal schön, ein Erfolgserlebnis zu haben mit einem Net5 nach, keine Ahnung, einem Monat und 500 Scrolls. Wie wäre es denn, als Spiel? Ich habe dir nichts angetan. Glaube ich. Ja, Junge, Junge. Okay, ja, richtig Bock, ey. Machen wir erst Wasser, davon brauche ich am wenigsten. Jetzt kommt genau da das Net5 raus, sehe ich es schon. Wobei, eigentlich brauche ich bei Wasser am meisten. Hier bei Wind wäre nur Dominik interessant. Let's go. Nicht mal Magieritta bekommen. Ah, richtig anstrengend, ey. Kann ich mal Magieritta kommen jetzt hier? Eins zumindest, so? Ne, nicht mal bei einem Blitz, oder was? Ah, ich kriege es kotzen, ey. Kriege ich kotzen ja jetzt hier, ey. Spiel, ey. Mann, nicht diesen, ey. Dann hau mal Asche raus. Äh, ja, Beschwörung läuft derzeit überhaupt nicht gut bei mir, keine Ahnung. Das läuft schon seit ein paar Monaten richtig beschitten. Seid Sibala. Ich kann euch nur sagen, beschwört nie einen Sibala, ey. Dann kriegt ihr gar nichts mehr. Ja, hier war... Jetzt muss ich hier eben rausfischen, ey. Moment. Das waren die Blitze? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben? Ja, richtig schlecht. Ja, richtig schlecht, ey. Oder habe ich hier noch einen Net4 verpasst? Ne. Alter Spiel, ey. Machen wir davon ein paar auf? So bis 50 runter? Ich hätte jetzt schon gerne mal irgendwas. Komm. Let's go. Ich kriege jetzt hier nicht einen Blitz. Mal gucken. Ja, passt auf. Also wenn der Blitz zu lange auf sich warten lässt, lasse ich es. Jetzt werde ich wieder gierig. Jetzt werde ich irgendwas haben. Irgendwas. Ne, das Spiel denke ich schnell. Guck mal, ey. Ey, ich hasse es, ey. Dieses Spiel. Brück jetzt mal ein Net5 raus jetzt hier, ey. Nicht mal einen Blitz. Ich gebe jetzt 50. Weiter als 50 gehe ich nicht. Scam Scrolls hier. Alter. Ey. Das ist. Aber warte mal. Eine, äh, eine LD können wir beschwören, weil ich muss sowieso eine LD beschwören für dieses Event. Komm, let's go. Blitz. Ah, ein Crow, ey. Ey, das Spiel ist scheiße. Ich sage, es ist scheiße. Gar nix, Alter. Gar nix. Oh, ne. Jetzt habe ich die Post das wieder reingedrückt. Ich bin so ein Otto, ey. Ja, cool. Okay, das hat sich ja jetzt gelohnt, ey. Das hat sich ja jetzt richtig gelohnt. Boah, das war jetzt spannend, ey. Aber naja, okay. Jetzt habe ich hier irgendwo da. Ne, das hier, ne. Was fehlt da noch jetzt, um die LD wieder zu bekommen? Ich will die wieder haben. Da. Also die tägliche Mission, okay. Und die Gilden-Check-Ins fehlt noch. Ja, gut, okay. Naja, gut, das war es eigentlich schon. Mehr wollte ich eigentlich auch gar nicht machen. Ich wollte ein kleines Opening machen. Gut, ich wollte eigentlich auch noch die Stones beschwören. Aber die Stones haben mich ja jetzt erledigt. Weil Marsha nächste Woche in der Rotar ist. Darauf freue ich mich. Kack-Babar hier. Der hat alles aufgestoppt, ey. Ich sage es euch. Ey, das ist so geschampft. Naja, gut, okay. Gut, dann bedanke ich mich für das Zuschauen, Leute. Und ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Tag. Haut rein. Tschüss.